Hallo Wolfgang, das ist ja schrecklich. Ich habe es gerade von Pater Paul gehört. Der Beichtcontainer wird geschlossen. Das ist ja ein Skandal. Also ich finde es ja gut, also endlich mal einen Mann, der sich nicht verbiegen lässt. Der Rückgrat zeigt. Nicht so ein Schleimpilz wie alle anderen. Also so richtig, weißt du, wenn du die Schnauze voll hast, dann hast du sie eben gestrichen voll. Duckmäusertum war gestern. Also ich meine, ganz ehrlich, der Neue, der hier ankommt, der muss sich erstmal richtig warm anziehen. Den werde ich eiskalt abblitzen lassen. Muss ich erstmal beweisen. Ich würde dir gerne noch ein Lied singen, was ich gefunden habe. Und ihr könnt gerne alle ganz laut mitsingen. Aber richtig laut, bitte. Ich lese es ab. Muss du denn, musst du denn zum Städle hinaus, Städle hinaus, und wir, mein Schatz, bleiben hier. Sind auch draus, sind auch draus, der Mädle zu viel, Mädle zu viel. Lieber Schatz, wir bleiben hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss.